Mit MeinElba haben Sie Ihre Konten und Depots noch besser im Überblick. Eines der wichtigsten Elemente ist das Modul Finanzübersicht. Hier finden Sie den aktuellen Stand all Ihrer Konten und Depots, sowie Höhe Ihres online verwalteten Gesamtvermögens. Das Modul Umsetzer geht näher ins Detail. Hier finden Sie die aktuellen Buchungsteilen eines ausgewählten Kontos. Dabei kann es sich zum Beispiel um Ihr Girokonto, ein Online-Sparkonto, Ihr Baukonto oder auch ein Treuhandkonto handeln. Zu Ihren Konten oder Depots gelangen Sie über die linke Menüleiste. Oder Sie wählen innerhalb eines Moduls das entsprechende Konto aus. Innerhalb der Kontoausfallleiste haben Sie all Ihre Konten im Überblick. Die Umsatzliste liefert Ihnen detaillierte Informationen zu einzelnen Buchungen. Sie können zum Beispiel neue Aufträge erfassen oder in der Auftragshistorie bereits erledigte Aufträge kontrollieren. Über die Suchfunktion lassen sich einzelne Transaktionen schnell und einfach auffinden. So sind Ihre Konten übersichtlich wie nie zuvor. Mein Elber Österreichs persönlichstes Finanzportal Ein Dokument Teil Erot